Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Untraveled Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zum diesmal wahrscheinlich wirklich die letzten Part zum The Last Spark Hunter DLC von My Untraveled Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir die letzten Planetenmünzen eingesammelt, also eine ist noch übrig, haben alles Spark Aufgaben abgeschlossen, die letzten von unseren Milosphären gerettet und jetzt müssen wir sie tatsächlich noch ein weiteres mal retten, weil sie es geschafft haben sich instant in der Pfütze fest zu fangen. Ja, rein da. Oh, die Map sieht mal besonders aus. Ich muss sie da hinbringen. Darf ich sie werfen? Die armen Milosphären! Sie sind erst in Sicherheit, wenn wir sie retten und in ihr Nest in der Mitte des Schlachtfelds bringen. Ist gebongt. Sind alle nur einen halben Kilometer weg vom Nest. Ihr werdet sie tragen müssen, aber seid vorsichtig. Sie sind zerbrechlich und leicht verängstigt. Okay, ich darf sie nicht werfen. Was haben wir denn hier als Gegner? Sehe ich das richtig, dass hier nur diese Golems sind? In der Einrichtung Elektro-Golems, da Feuer-Golems. Ne, da sind auch Sniper und so weiter. Oh ja, dann wissen wir ja, was wir hier brauchen, ne? So, ich will jetzt mal diesen Confucius einsetzen. Werdet konfus! Werdet du konfus! Der kämpft jetzt für mich, ne? So, die schrotten wir mal für die Runde. Ah, schade, der hätte ja sein können, dass du runterfällst. Hat der extra den Spitz angebraucht. So, offenbar darf ich mit denen fliegen. Weil anders würde ich den gar nicht wegbekommen. So. Tschüss. Na gut, wir kriegen ihn ja easy nach Hause, ne? So, die kommt jetzt raus. Na los! Bin unempfindlich dagegen. Das tut mir schon eher weh. So was, klopft euch doch einfach gegenseitig. So, Freunde. Der Erste ist wieder in seinem Nest. Das Gute ist, die können uns nicht hinterher, die da unten. Wir können die halt wirklich komplett ignorieren eigentlich. Und jetzt sagen, wir gehen in die Richtung hier. So, ich hab unseren kleinen Kumpel. Ne, äh, schon. Ich kann einfach zu dem durchschüpfen, tatsächlich. Ist echt easy, den zu holen. Oh, grüß mal mein Elektroregen. Ich hatte echt viel abbekommen. Die Schlacht ist so geschenkt. Das sind sogar die aus der anderen Richtung noch. Okay, die beiden teilen sich eine Fläche in die Richtung hin. Der Teil ist schon etwas schwerer. Ich hab einen Schuss überleben. Oder auch nicht. Ich dachte, ich überlebe einen Schuss. Aber gut, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. ich muss ja nur die heilig nach hause bringen und das ist ja wirklich einfach so ab den kleinen racker durch schießt dann jetzt einfach hier auf das teil und wenn der golen sich bewegt er wird durch die sicht abgeschossen also die schlacht ist auch mal wieder geschenkt die geschenkt ist diese mission ich kann halt fast alle gegner ignorieren guckt mal ich bin jetzt von dem einen punkt da hinten aus durchgesprungen die mission ist echt geschenkt ich musste so gut wie gar nicht kämpfen also hätte ich jetzt rebellen nicht so dumm und dämlich geopfert hätte ich sogar keinen verloren so jetzt ist da offen so dahinter wartet uns alle krass freundin wusste jetzt nicht ob hier eine sequenz kommt deswegen hatte ich mich jetzt einmal kurz aus dem bild gepackt so karte da haben wir hier nicht ja panik einkaufstour ist immer gut und es fehlt halt immer noch nach wie vor eine münze ich helfe ihr sofort die schon wieder gefällt er euch was sagt ihr nun ich hoffe er gefällt euch und habt ihr mitgeholfen ihn zu erschaffen haben wir doch die feldversuche die ihr vorhin mit meinem prototypen durchgeführt habt gleich werdet ihr sehen dass es sich gelohnt hat äh schon okay wir glauben ja auch so ich glaub's was geht es und wenn du hunderte von diesen monstrositäten hättest würden wir niemals vor dir kriechen hundert tausend wäre es wie ein ganz hortes melodikus in einen einzigen riesigen robokönig hopp um verwandelt wir nie es ist vorbei wenn ich mit diesem planeten fertig bin hört hier nur noch eine symphonie und zwar die von ketten sägen und schmiede hämmern alles meins und dann gehört die galaxie mir keine richter keine misere nur ich die letzte sparkieren die wirklich selbstständig denkt das ist doch gar nicht genug gequatscht genug gequatscht wir sind in einem garten und jetzt könnt ihr die fürchte eurer arbeit kosten um oberkönig obom teil 1 ach das vier heißt anders na gut das blau nicht orange ne wir müssen Dori retten oje 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 lasst uns nachdenken wir müssen diese Dori retten das ist unser oberstes ziel aber es bringt im moment nichts gegen Robokönig Bobom zu kämpfen denn er ist unverbundbar selbst durch seine eigenen Bobombs okay aber wie sollen wir uns einen Weg zu der Dori bahnen wenn die Bodenschalter die wir aktivieren müssen voller finsterzeitkleckse sind das wissen wir doch schon wir nutzen die Bobombs um die finsterzeitkleckse zu entfernen und können dann die Bodenschalter aktivieren um das Gelände zu verändern wir müssen unseren Weg klug wählen an jeder Ecke warten andere Gegner auf uns auf zur Taktik ja super äh ich glaube ich kann aber die Konstellation von Gott eben lassen ja ja du mir auch ich zeig mal was ich von dir halte ich zeig mal was ich von dir halte kann ich auch auf ihn nutzen ja Hypnose auf dich jetzt nicht gedacht dass das funktioniert aber es funktioniert so dann kommt doch ich würde es ruhig als letzter gehen können so und dann aktivieren wir mal den Bodenschalter hier das ist ja relativ einfach hier ja möchte mal neue Bomben danke die brauchen aber doch wieder eine halbe Ecke bis hier an Ort und Stelle sind ich kenne das doch äh mach ich nicht erst mal platt und dann muss ich auf die Bonbons warten so jetzt dürfen wir warten das hat jetzt wieder eine halbe Ewigkeit gedauert bis die mal endlich in der Reichweite sind dass sie nützlich sind weil die Bombombs die bewegen sich so arg langsam ich habe jetzt vom Prinzip her hier so 3-4 Runden einfach nur AFK gestanden die Kürzel die SC die 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 doch der kohle muss auch weg trotzdem ein feuer um den scharfschiff nicht vernichtet jetzt habe ich wieder ein halbes jahr warten bis die hier sind es hätte doch einfach nur dazu da meine zeit zu fressen also der spawn schon jede runde neue aber trotzdem dauert ewig kalt bis die ankommen drei tage später so schalter drücken kommen wir darüber haben wir noch bonbons ihr für seinen eigenen bomben ich entscheide auch noch weg freilegen so knapp wird gedrückt und für die zwei das schöne ist der scharfe zustand in reich war durch die ganze zeit abschließen konnte schön dass er sich zuerst bewegt hat genau das was ich wollte ich glaube ich könnte er auf den nächsten schalter jetzt ist etwas werfen oder mich aber ganz besonders schnell der timer geht zum glück nicht weiter während ich fliege der schalter gedrückt der schalter gedrückt und geschafft da mein kumpel jetzt bist nur noch du da die jucken elemente wahrscheinlich nicht ne das blatt wendet sich hoffentlich alega ist an unserer seite sie diese verstarke antenne in den käfig da wenn es uns gelingt die klätze zu zerstören und die bodenplatten des käfigs zu aktivieren können wir die antenne befreien dann ist es an alega und der dory uns am schild von robokönig bobom vorbeizubringen klingt nach einem plan erst mal gucken ja elemente sind hier vollkommen wertlos ok einmal kurz anpassen so ich bin bereit nehmen wir ihn hier mal geben ihn auf verdammt das aufheben ist man schon so verpackt so turm runter mach kaputt der schild weg der schild ist weg so ich habe mein team komplett angepasst jetzt bringt mir der beistandstyp auch wieder was oh wie nett und ich habe allen charakteren mal ein bisschen auf leben geskillt so ich mach mal an dir direkt mal hier die dracokalypse ganz schweres leben so mein einfall ich hoffe er funktioniert immer noch gehe auf deine freunde in zu verprügeln haut die hypnose nicht weg ok das hat mich die ganze zeit schon interessiert so 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 ich habe mir auch sicherheitshalber mal den wiederbelebungstypen mitgenommen statt der ungesehenen halt äh ich glaube das bringt mir hier eh relativ wenig ach guck mal der schild ist schon wieder da das sind mehrere platten muss ich die alle drücken so oder so brauche ich erstmal bomben dafür so so während dahinter ohne verstecken ich werde weiter noch wechseln für alle gegner m Aua. Aua. Autschen. Nicht dein Ernst. Eine tolle Idee, die ich gleich eventuell verwirkliche. Kommt mal alle her zu mir. Natürlich macht mir das Schaden, wenn er zu mir herkommt. Weg mit dir. So. Und jetzt mache ich den großen Träger. Dann kann der mir nix. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in seiner Nähe bin, wenn der dran ist. Bei der Spawnt um sich herum immer vier Bonbons. Die machen mir übelst Schaden, wenn ich nicht weit genug weg bin. So. Nächster Knopf frei. Jetzt fehlt nun noch einer. Der ist direkt da vorne. So. Der soll ruhig neues bauen. Die stehen dort recht hoch. Der hätte sie so oder so umgenietet. Ich weiß nicht, ob die nah genug stehen. Ein Könnte reichen. Ja. Reicht. So. Jetzt müsste das Ding noch wieder runtergehen. Danke. Macht kaputt. Dracula-Klypse. Doch. Ries. Bei dem macht sowieso keinen Unterschied, ob ich hinter der Deckung stehe oder nicht. Das war nicht ruhig, du kriegst selbst den Schaden ab. Ich glaube, der ist jetzt hinüber. Letzter. Oh. Ich mach mir mal seine Eigenschaften zunutze, ne? Oh. Und. Oh. Jesus. Hehehehe. die Wir haben heute geschafft, ne? Verzeihung, Allegra. Ich hätte da ein paar Fragen zu den Gesetzen der Mathematik und... Nein! Genie! Entschuldige, Allegra. Genie versteht nichts von Kunst, geschweige denn von den damit verbundenen Gefühlen. Leichtgewicht! Ich habe auch Meinungsverschiedenheiten mitbekommen. Als jetzt nicht ergibt sich die vollendete Harmonie aus der Ausgewogenheit von Form und Gefühl. Ähnlich scheint es mir bei den Helden zu sein, die ihr beiden anführt. Tja, keine Ahnung, aber eins weiß ich. Seit wir Karmantal verlassen haben, sehle ich mich danach eine Biophonie zu hören. Ja, ich will sie jetzt auch hören. Apropos verlassen, der Planet ist wieder im Gleichgewicht und die Luftdichte normal. Die WM-Arche ist also startgereicht. Auf eure Plätze! Dann möge unsere akustische Landschaft eure Himmle im Kalt gegen Misere sein und euch für den Rest eures Wegens Mutes verleihen. Und jetzt ist sie fertig. Über alle Plätze … Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Leute, das war das DLC, ne? Der Last Bark Hunter Ich drück direkt mal auf Beschleunigen, weil das sonst echt lang geht Ja, keine Ahnung, wo jetzt die letzte Münze war Ich kann ja, nachdem das abgelaufen ist, nochmal reingehen und gucken, ob ich sie finde Jedenfalls, ein tolles DLC Ein bisschen länger als das andere auf jeden Fall War aber trotzdem sehr, sehr lustig Zum nächsten dauert es wahrscheinlich Das kommt wahrscheinlich erst im Dezember Soweit ich das gelesen habe Also ein DLC für dieses Spiel ist noch geplant Und das wird ein ganz besonderes DLC Ne, jedenfalls Lass ich jetzt erstmal die Credits laufen Wir gucken gleich nochmal auf die Karte Wir sehen uns gleich wieder Bis zum nächsten Mal 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 Okay, Leute. Leute, jetzt stehen wir hier. Die Harmonie ist auf den Planeten zurückgekommen. Musik ist Heilung. Nee, nee, lass mal. Die Biophonie war tatsächlich sehr schön. Jetzt will ich aber nochmal auf die Karte gucken. Weil, wie gesagt, es fehlt noch was. Es fehlt eine Münze. Ist das irgendwie so Standard, dass man eine Münze einfach überhaupt nicht finden kann, aber trotzdem angezeigt bekommt? Aber ab irgendeinem Punkt fühlt man sich echt verarscht. Vielleicht da? Sieht so aus, als ob da so ein winziges Labyrinth wäre. Weil was anderes sehe ich jetzt nicht. Ich will da einmal kurz gucken. Ich sehe doch schon von hier aus, dass man da nicht zwischenkommt. Das sehe ich von hier. Okay, hätte sich das auch erledigt. Ja, kein Blassendunst, wo die letzte Münze ist, mal wieder, ne? Das ist ja mittlerweile Standard geworden. Dass die letzte Münze irgendwie so massiv versteckt ist, dass man sie schlicht und ergreifend nicht findet. Also, ich war halt wirklich überall. Jedenfalls. Das war das, äh, Maren Travels Sparks, äh, äh, Hunter DLC. Es gibt noch ein DLC, aber das kommt, wie ich gerade eben schon sagte, äh, erst gegen Dezember raus. Also so in die Richtung. Es kommt aber auf jeden Fall noch irgendwann dieses Jahres. Äh, äh, beziehungsweise Ende des Jahres. Jedenfalls. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill, ein Abo und ein Like da lassen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute! Ciao, Leute!